Heute ist Sporttag. Mein Wohnzimmer kann ich mit vier großen Schritten durchmessen. Ein Schritt sind ca. 60 cm. Vier Schritte sind 2,40 m. Hin und zurück macht das 4,80 m. Wenn ich das 100 mal mache, dann bin ich bei 480 m. Hundertmal, da setze ich mich bei viel an, aber in meiner 5 vor Feierabend-Lädels-Numor, da geht die Zeit ganz schnell vorbei. Ich höre, gepläst es genau so lange, wie ich sie für 100 Jahre zurück brauchte. Ich höre, gepläst es pro Tags zehnmal durch. Das heißt, ich gehe tausendmal an, ich bleibe gut, sind immer hin und zurück. Hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Wenn alle Lieder auswählen, nicht, das ist ein festes Rhetor. Was sind dann 4,8 km, die ich jeden Montag so zurücklege? Und hier vom 8 km, das ist ungefähr so weit wie vom U-Bahnhof Hermannsratz bis zum U-Bahnhof Blasch-Ballee. Aber nur, wenn ich über die Hermanns-Straße gehe und nicht über die Kammer absehe. Und jetzt kommt der Krube. Dafür muss ich nicht mehr raus. Vom Hermannsratz bis zum Blasch-Ballee in meinen eigenen Gewänden. Hunderttausendmal hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Und hier, wie meine Toilette nach dir. Schimm mir noch ein kleines bisschen Riege, dir. Sein, ich verspricht, so viel. Fühlst du nicht, wie die süße Triege, Triege. Wie meine Toilette nach dir. 480 km hier in meinem Wohnzimmer. Mir wird ja ganz schwindelig allein, weil der Vorstand ist ja nicht hart. Und ich lasse nach Osten rauf wieder und gehe da einfach mal in Lodge. Vom Hermannsratz nach Blasch-Ballee, nach Lodge. Hier, in meinen eigenen vier Wänden, die Welt bei mir zu Hause. Hier, in meinen vier Wänden, die Welt bei mir zu Hause. Okay.